Hallo Leute, ich werde heute aus 25 Blitzknatterbällen einen großen machen. Viel Spaß mit diesem Video. Jetzt werde ich diese Packung einmal aufmachen und die ganzen Bälle erstmal rausholen. So, das sind diese Blitzknatterbälle. Hier ein paar, die sind schon alle offen, aber das ist ja eh egal, weil ich das eh alles auseinanderbauen werde. Und dann in diesen Mörser reinmachen werde, zu einem Pulver machen werde und dann in so eine große Kugel Alufolie, das dann da reinmachen werde. Los geht's! So, ich habe jetzt alle fertig gemörsert und jetzt werde ich das Ganze in Alufolie wickeln und dann oben eine Wunderkerze reinstecken und dann draußen anzüllen. So, ich habe jetzt ein bisschen so gekleckert mit diesem Pulver da und jetzt sieht das so fertig aus und jetzt werde ich rausgehen und das Ding anzüllen. So, jetzt werde ich das Ding anzüllen. So, jetzt werde ich das Ding anzüllen. So, jetzt werde ich das Ding anzüllen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!